Hallo und danke, dass du dieses Video schaust. Diesmal möchte ich etwas erzählen, was wenig erfreulich ist. Aber zuerst möchte ich mich bedanken. Ich habe inzwischen 57 Abonnenten und es kommen immer neue dazu, obwohl ich schon so lange kein Video gemacht habe und nur so wenige Videos auf dem Kanal habe. Manche sagen, ja 57 Abonnenten, das ist nicht viel. Aber wenn man mal überlegt, das ist die Anzahl der Menschen, die in zwei kompletten Schulklassen sind. Es sind fast 60 Menschen, die mir aus freien Stücken folgen, weil sie gut finden, was ich mache. Und das macht mich so ein bisschen stolz und freut mich. Auf jeden Fall danke dafür. Ja, schon in der Vergangenheit habe ich ja ziemlich unregelmäßig neuen Content gebracht. Das hat aber mehrere Gründe. Auf der einen Seite habe ich da so einen gewissen Perfektionismus. Wenn ich ein Video mache, dann möchte ich, dass es wirklich gut wird. Ich möchte, dass ich weiß, wovon ich rede und dass man das auch merkt. Bevor ich ein Video einspreche, mache ich mir wirklich tagelang Gedanken, ob ich wirklich alles bedacht habe und ich führe zum Teil auch Stichpunktlisten, damit ich nichts wieder vergesse. Ich habe noch so ein paar Ideen für Videos und die Umsetzung war in meinem Kopf einfach noch nicht so genug herangereift, dass sie meinem persönlichen Anspruch genügen. Das zweite Problem kommt vielleicht einigen von euch bekannt vor. Ich habe so eine leichte Aufschieberitis. Ich habe immer so viel im Kopf, was ich machen möchte. Ich habe zum Beispiel für meinen Let's Play Kanal in den letzten zwei Monaten das Spiel Control aufgenommen. Es gibt so viel, was ich machen möchte und es ist so wenig Zeit und dazu kommt noch, dass ich mir immer wieder vornehme, ein neues Video für diesen Kanal zu machen. Und dann doch wieder andere Dinge mache. Aber keine Sorge, es wird in Zukunft irgendwann wieder Content geben. Aber jetzt erstmal die schlechte Nachricht. In der nächsten Zeit werde ich nichts mal wirklich aufnehmen können. In meinem Privatleben ist es leider zu, ich sag's mal, Komplikationen gekommen. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber meine Frau wird im Verlauf des nächsten Jahres sehr, sehr viel Zeit im Krankenhaus verbringen. Teilweise mehrere Wochen oder Monate am Stück und ich muss arbeiten gehen, nach der Arbeit die Kinder hüten und mich auch noch um die restlichen alltäglichen Aufgaben kümmern. Ich meine, ich habe Glück, dass meine Schwiegermutter für mich da ist. Sie ist für diesen Zeitraum bei uns eingezogen und hilft mir bei allem. Trotzdem versuche ich nach der Arbeit so viel wie möglich selbst zu machen. Es ist nicht ihr Kampf, es ist nicht mal, ähm, es ist meine Frau, es sind meine Kinder, mein Haus und sie ist schon so freundlich und hilft mir so viel. Da möchte ich sie so wenig belasten wie möglich. Trotz aller Hilfe ist es auch eine, ehrlich gesagt, eine gewisse Belastung mit ihr zusammenzuleben, weil wir einfach in allen Punkten unterschiedlicher Meinungen sind. Sie versucht ihre Ansichten mit einer gewissen Dominanz in meinem Haus umzusetzen und das ist ein bisschen kräftezehrend. Dazu kommt noch, dass die Nächte schrecklich sind. Meine Kinder, also ein und vier Jahre alt, vermissen ihre Mutter. Sie merken, dass irgendwas nicht stimmt. Nachts sind beide total unruhig und wachen abwechselnd auf. Ich bin also nachts gefühlt unzähliger mal wach und versuche eins der Kinder wieder zum Schlafen zu bringen. Ich bin einfach nur noch dauerhaft am Arsch. Ähm, ich hab einfach im Moment keine Zeit und keine Kraft, wirklich gute Videos zu produzieren und auch das Video hier hat mich einige Organisation und Überwindung gekostet. Also hab bitte etwas Verständnis. Wenn sich die Situation wieder normalisiert, werde ich wieder Videos machen. Was aber für mich beeindruckend ist, ist wie gut ich funktionieren kann, wenn ich keine andere Wahl hab. Ich muss alles irgendwie am Laufen halten und kann mir nicht erlauben, meine gewöhnlichen Schwächen zuzulassen. Wenn ich das Gefühl habe, am Ende zu sein und keine Energie mehr zu haben, dann verschwinden meine Aufgaben ja nicht einfach. Also schaffe ich es irgendwie immer wieder Kräfte zu mobilisieren und weiterzumachen. Ich bringe derzeit echt eine Leistung, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich dazu in der Lage bin. Egal wie müde, energielos oder fertig ich mich fühle, es muss einfach weitergehen. Und ich bin erstaunt, dass ich das verhältnismäßig gut schaffe. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich werde mich in ein paar oder auch ein paar mehr Monaten wieder melden. Und der Kanal liegt mir wirklich am Herzen und ich will ihn nicht sterben lassen. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis irgendwann mal. Tschüss!